Kofas Deutschland, Mainzer Traditionsunternehmen. Seit 100 Jahren erfolgreich am Markt. Schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts sichert die Kofas Ausfallrisiken von Unternehmen weltweit zuverlässig ab und hilft ihnen dabei nachhaltig zu wachsen. Kofas Deutschland bringt dafür besondere Voraussetzungen mit. Wir sind Risikoexperte. Die Kofas ist, obwohl sie eine alte Lady ist, sehr dynamisch. International, sehr gut vernetzt, sehr kompetent. Kofas ist ein Unternehmen, was genau für solche Dinge steht. Sehr vielseitig, flexibel, familiär und auch agil. Erfolgreich, weil ein solches Traditionsunternehmen ja schon 100 Jahre am Markt ist. Anfassungsfähig und auch kreativ. Von der Mainzer Zentrale aus steuert die Kofas ihre Geschäfte in Nordeuropa, ist aber auch an weiteren deutschen und nordeuropäischen Standorten mit eigenen Vertretungen präsent. Über 700 Mitarbeitende sorgen dafür, dass die Kofas als direkter Ansprechpartner immer vor Ort ist. Risikomanagement ist das Herzstück unseres Unternehmens und unserer Kernkompetenz. Die Kofas ist ein Unternehmen, was wirklich im Herzen der Wirtschaft arbeitet. Ja, die Kofas DNA ist natürlich im internationalen Geschäft tief verankert und ist dort in der Kundennähe verankert und eben auch in der Kompetenz, diese Fragen alle für die Kunden zu beantworten und zu betreuen. Alles begann 1923, als am 19. März in Mainz die Rheinische Garantiebank Kautionsversicherungs AG gegründet wird. Initiator der Bankier Isaak Fulda. Die Idee, im gesamten Reichsgebiet Kautionsgeschäfte anzubieten, hat Erfolg. Vor 100 Jahren, als Isaak Fulda das Unternehmen gegründet hatte, ging es darum, Sicherheit für die Wirtschaft herzustellen. Das heißt, Garantie in Avala herauszulegen und das machen wir ja heute noch. Aufgrund der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Judenverfolgung flieht Isaak Fulda Ende der 30er Jahre mit seiner Familie in die Niederlande, wird jedoch später im KZ Zobibor ermordet. Das Firmengebäude wird zerstört. Doch nach dem Krieg lebt die Idee der Kreditversicherung neu auf. Die Wirtschaftswunderjahre sorgen für Wachstum. Es folgen ein neues Gebäude und auch neue Anteilseigner. Die Kundenzahl wächst stetig und mit ihr die Papierberge. Wir haben alles händisch gemacht. Alles, was sie an Aktenpflege, Aktenbearbeitung per Computer machen, hatten sie damals alles in einer physischen Akte, die in Riesenregalwänden abgelegt waren. Suchen war mit ein Hauptthema damals, was sie heute am Computer gar nicht mehr kennen. Sie geben Suchbegriffe ein und dann haben sie die Akte. Früher war das etwas anders. Da sind sie Kilometer gelaufen im Notfall, um die Akte zu finden. In den 90ern sorgt ein erneuter Umzug in die neue Zentrale am heutigen Standort für mehr Platz. Die französische Kofas übernimmt die Mehrheit. 2014 geht es dann an die Börse. Der Konzern wird moderner und digitaler. Die Kerntugenden aber bleiben. Was sich nicht verändert hat, sind unsere Werte. Unser Kundenfokus, unsere Expertise, unsere Collaboration, Zusammenarbeit. Das ist das, was uns, auch wenn das noch nicht formuliert war, das begleitet uns oder mich mindestens seit 30 Jahren. Das wichtigste Kapital der Kofas Deutschland sind sie, die Mitarbeitenden. Sie kümmern sich mit viel Engagement tagtäglich um die Belange der Kofaskunden. Der Kreditversicherer weiß das zu würdigen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, optimierten Aus- und Fortbildungen und einer gesunden Work-Life-Balance. Was macht Kofas also einzigartig? Das sind unsere Leute, unser Team. Das sind die, die mit Expertise, Kundenfokus und viel Herzblut mit unseren Kunden, mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Das ist die hohe Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und insbesondere auch eben der Erfahrungsschatz, die Expertise. Das macht unser Unternehmen aus. Wir fühlen uns sicher in dem, was wir tun und dann können wir auch gut für unsere Kunden sein. Das ist ja quasi sozusagen der Erfolgsgarant auch einer jeden Firma. Wenn man tolle Mitarbeitende hat, dann strahlt es natürlich auch aus und die Kunden sind dann auch zu begeistern. Kundengespräche bei Kofas, natürlich mit Handschlag. Ausdruck von Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Kofas ist für Kunden mehr als nur ein Kreditversicherer. Sie ist Berater, Unterstützer, Wegweiser, Partner. Bei schwierigen Geschäften ist es immer gut, einen Partner zu haben und eine Kofas bietet die Möglichkeit, Risiken einzugehen und damit auch Erfolgserlebnisse oder Ergebnisse zu erzielen, die man alleine schwierig oder nur mit Glück erreichen kann. Wir haben sehr, sehr schnell in den Gesprächen gemerkt, dass Kofas, und das meine ich alles andere als despektierlich, ein konservatives, sehr seriöses Unternehmen ist. Die Gespräche vom ersten bis zum letzten Tag haben immer das gehalten, was sie versprochen haben. Wir haben uns schon da auf alles verlassen können und haben deswegen dann auch zueinander gefunden. 100 Jahre Kofas Deutschland. 100 Jahre Risikomanagement at its best. Das Erfolgsgeheimnis der Kreditspezialisten aus Mainz ist kaum mit nur einem Begriff zusammenzufassen. Es ist die Summe unterschiedlichster Fähigkeiten, die Kofas auch für die Zukunft bestens vorbereitet erscheinen lässt. Wenn es ein Unternehmen jetzt 100 Jahre gibt, dann kann man nicht viel falsch gemacht haben. Das Erfolgsverheimnis ist, dass man sich auch immer wieder neu orientiert an den Bedürfnissen, die die Kundschaft hat. Wir dürfen nicht auf dem Alten oder bei dem Alten stehen bleiben, sondern wir müssen schauen, was fördert der Markt und das glaube ich ist eine ganz große Herausforderung. Passende Produkte, Digitalisierung und immer am Puls der Zeit bleiben. Auf der anderen Seite ist mir gerade aufgefallen, dass Kofas Deutschland älter ist wie seine eigene Mutter. Auch das gibt es natürlich sehr, sehr selten. 100 Jahre alt wird nicht jedes Unternehmen. Ihnen und ihren Vorgängern ist es gelungen, weil sie sich ihrer Verantwortung als Versicherer bewusst sind, weil man ihrer Expertise Vertrauen schenkt. Gut, man muss immer ein Dienstleister sein, der auch innovativ ist und genau die Dinge mitgeht, die die jeweilige Zeit sozusagen dann auch einem abverlangt. Was sich auch nicht verändert hat, ist der Bedarf. Das Risiko zu managen war vor 30 Jahren ein Thema, ist heute ein Thema und wird morgen auch ein Thema sein. Halten Sie diesen Kurs und machen Sie aus Kofas auch in den kommenden 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Happy Birthday, liebe Kofas. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020